Gott schuf den Menschen. Er schuf ihn als Visionär. Als kreativen Kopf mit Ideen, die die Welt verändern können. Als Weiterdenker, der etwas bewegen will. Die Geschichte wurde verändert durch solche Menschen. Menschen mit Leidenschaft im Herzen, die Grenzen überwinden, die Frieden schließen, die Freiheit erlangen, die ihre Stimme erheben. Menschen, die aufstehen. Menschen, die wie du und ich ein Leben hatten und sich entschieden haben, alles aufzugeben. Menschen, die sich für Schwache eingesetzt und anderen Hoffnungen gespendet haben. Menschen, die einen Traum hatten und alles gegeben haben, damit er in Erfüllung liegt. Aber warum? Was bewegt Menschen dazu, aufzustehen? Es ist eine lebendige Hoffnung im Herzen. Es ist der Kampf gegen Ungerechtigkeit. Es ist der Ärger über unertragbare Zustände. Es ist der Glaube an eine bessere Welt. Da, wo etwas tot ist, braucht es Leben. Leben entsteht dort, wo Menschen aufstehen. Wo sie ihre Geschichte erzählen. Wo sie ihre Heimat verlassen. Wo sie alles aufs Spiel setzen. Wo sie neu werden und sich von Gott gebrauchen lassen. Aufstehen für sein Reich. Aufstehen für sein Evangelium. Aufstehen, wie er aufgestanden ist. Für die Schwachen, die Armen, die Kranken, die Sünder. Für mich und für dich. Lasst uns aufstehen. Jeder Einzelne. Gemeinsam. Weltweit.